Minecraft, aber ich kann die Zeit anhalten und ihr glaubt nicht, wie krass es einfach nur noch aussieht. Okay, mein einziger Stil ist es einfach nur, in der zu bekommen. Die Kühe sind hier alle ganz entspannt. Und jetzt pausier ich mal kurz die Zeit und zack, alles eingefroren. Jetzt kann ich die Kühe theoretisch alle einmal kurz anhauen und abspielen und zack, alle werden gehittet. Und das kann ich selbst bei gefährlichen Monstern machen. Ich mein, hier ist ein Iron Golem, zack, pausiert. Wir hitten ihn einmal und er kann nichts tun. Ein paar mal die Glocke anhauen und abspielen. Ich glaub, ich ertrape immer ganz kurz einen Bogen. Einen Bogen und den Rest Pfeile. Und jetzt wird der Iron Golem einmal ganz oft abgeschossen. So, Leute, Zeit ist pausiert. Und jetzt schießen wir ein paar mal. Und die Pfeile bleiben tatsächlich stecken, Leute. Ich schieß mal kurz ein paar Pfeile ab, Leute. Und wir drücken auf Play und er ist instant tot. Dumme Frage, aber kann ich mich theoretisch selber abschießen? Ich stelle mich davor und Play und ja, ich kann mich tatsächlich selber abschießen. Und hier haben wir direkt eine ganz, ganz, ganz tiefe Höhle, Leute. So, zack, und wir sind unten. Und wir können hier ganz einfach gemütlich vorbeilaufen. Da seht ihr hier die ganzen Pfeile und ich würde mal sagen, zack, Play und alle tot. Oh, außer der hier. Ich glaub, vier Pfeile sollten ausreichen und zack, weg ist er. Leute, ich bin dafür, dass wir diesen Zombie hier eine kleine Lektion erteilen, oder? Und jetzt drücke ich dem jeden einzelnen Fall rein, den ich habe. Okay, Leute, wir machen einen Deal. Ihr lasst jetzt ein Abo da und ich drücke auf Play, okay? Ich warte mal ganz kurz, bis ihr alle gedrückt habt. Und ich würde sagen, drei, zwei, eins, Play. Boah! So, Leute, ich hab den Dia gefunden und zack, abbauen. Let's go!